Guten Morgen, liebe Freunde der modernen Energie. Ich möchte euch heute was wirklich Schönes zeigen, das mir in den letzten paar Tagen so passiert ist und das mir viel Freude gemacht hat. Also ich mache ja nun so alle möglichen Sachen mit moderner Energiekunst und da habe ich mir so Anhänger gemacht zum Glücksbringer und dieses hier, das passierte so mitten in der Nacht, dass ich so was Silbernes haben wollte und es musste so Streifen haben und das musste so blitzen. Und ich wusste gar nicht, wofür das so gut sein sollte, bis ich das dann anfing zu polieren und da kam mir, also wie ein Blitz, dieser Gedanke, das ist ein Zellaktivator. Was ist ein Zellaktivator? Als ich kleines Kind war und in Deutschland lebte, da habe ich gerne Zukunftsromane gelesen, Perry Roden und da hatten die solche Zellaktivatoren, die sie so um den Hals trugen und die machten den Träger unsterblich. Und das ist 45 Jahre her, dass ich jemals daran gedacht habe. Und gestern kam der Zellaktivator zu mir zurück und das fand ich eigentlich ganz toll und die Energie, das war wirklich aufregend. Da habe ich mir gedacht, da können wir dann ein bisschen modernes Energietappen machen mit dieser Idee hinter dieser Zellaktivierung, dass wir alle Zellen im Körper ansprechen und allen Zellen im Körper ein bisschen mehr Energie zuführen. Und das ist eine schöne Sache. Und wir haben ja auch neue Leute dabei von der positiven EFT-Gruppe und denen hatte ich auch versprochen, dass wir mal was Positives machen wollen und so werden wir also heute den Zellaktivator machen und du kannst also gerne mitmachen, das wird bestimmt schon Spaß machen und Freude bringen. Dann lass uns doch anfangen in der Herzposition. Tief ein- und ausatmen. Ich möchte heute alle meinen Zellen mehr Energie zuführen. Ich möchte alle meine Zellen aktivieren und unsterblich werden. Warum nicht? Okay. Wollen wir mal anfangen. Ich möchte meine Zellen alle aufwachen lassen. Alle Zellen, egal wo die sind im Körper. Vom Kopf bis zu Fuß. Ich möchte meine Zellen alle aktivieren. Okay. Die Zellen aktivieren. Auf der weitesten Ebene. Frische, schöne Energie für alle meine Zellen. Oh, frische, junge Energie für alle meine Zellen. Das ist klasse. Alle meine Zellen. Alle meine Zellen wollen tanzen. Alle meine Zellen wollen jung und fröhlich sein. fangen an aufzuleben. Alle meine Zellen wachen auf. Alle meine Zellen fangen an aufzuleben. Uhu. Das ist doch schön. Uhu. Alle meine Zellen wachen auf. und wollen spielen. Die wollen mitspielen. Alle meine Zellen werden aktiviert. Oh, da habe ich gerade was gedacht. Meine Gehirnzellen werden aktiviert. Uhu. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Meine Gehirnzellen werden aktiviert. Uhu. energie für meine zellen für alle zellen in meinem körper alle zellen in meinem körper frische frohe gesunde energie für alle zellen in meinem körper frische frohe energie für alle zellen in meinem körper leckere gesunde lebens energie die zellen saugen richtig frische liebens energie in sich hinein frische liebes energie für meine zellen frische liebes energie für alle zellen in meinem körper egal wo sie sind für alle zellen in meinem körper frische liebes energie schöne gesunde frohe natur energie für alle meine zellen starke machtvolle lebens energie für alle meine zellen egal wo sie sind im körper alle zellen sind eingeladen zum freudenfest alle zellen sind schön eingeladen alle zellen tanzen mit alle zellen werden aktiviert mit neuer frischer energie alle zellen kribbeln froh mit neuer frischer energie alle zellen werden aktiviert alle zellen alle nervenzellen die wollen auch mitspielen alle nervenzellen werden auch aktiviert egal wie die zellen aussehen die werden alle aktiviert heute alle zellen werden aktiviert die zellen die zellen die kommunizieren miteinander alle zellen kommunizieren miteinander das ist schön das gibt mir richtig schöne energieflüsse überall im körper alle zellen kommunizieren miteinander alle zellen werden aktiv die zellen werden aktiv mit aktiver intelligenz die aktive intelligenz in allen zellen des körpers wacht auf wacht auf zellen wacht auf intelligenz schön ich liebe alle zellen in meinem körper klasse also ich weiß nicht ob wir dabei nun unsterblich werden aber das war auf jeden fall wirklich schön das fühlt sich wirklich gut an es hat mir viel freude gemacht und bitte weiter sagen und mit anderen leuten machen den zell aktivator weiter geben das wird eine schöne sache sein das macht mir viel spaß danke fürs mitmachen danke fürs zuhören und ich sehe euch auf der gruppe das macht mir viel spaßt 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 das macht mir 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 spaßt Vielen Dank.